Musik Das Inigo Pele ist unser eigenes Bier. Wir haben dazu die komplette Markenwelt entwickelt. Es wird handgebraut in Berlin, 5,8%. Das gibt es schon in einigen Biosupermärkten, Bars, Clubs und Kneipen zu kaufen. Für den Kunden arbeiten wir jetzt schon seit 13 Jahren. Der Deutsche Gründerpreis ist eine Initiative von den Sparkassen, dem Stern, dem ZDF und Porsche. Wir betreuen den Kunden komplett mit Web und Print. Mein absolutes Lieblingsprodukt ist diese Einladungskarte hier, die wir jedes Jahr neu gestalten und mit der wir auch selbst als Team persönlich eingeladen werden zur großen Galle im ZDF. Franz von Wach ist ein Personaldienstleister aus Baden-Württemberg. Klar, klug und kompetent. Wir haben gemeinsam mit denen in sechs Workshops mit fast allen Mitarbeitern die neue Markenidentität und Strategie entwickelt. Miau! Das Wertebuch für Franz und Wach ist für mich das schönste Produkt, weil es den gesamten Prozess und das gesamte Design auf den Punkt bringt und zusammenfasst. Dieses Licht, das ist zu hell. Danke. Das Besondere an dem Reißgut gegenüber den anderen Joghurts ist natürlich, dass wir mit intensiven, geschmackvollen Farben arbeiten. Es ist so schön farbig. An dem Projekt haben mir am meisten die Illustrationen Spaß gemacht. Mit diesem Design haben wir mit den Brüdern gleich zusammen auch schon mehrere Awards gewonnen. Der Reißgut an sich schmeckt mir am besten mit Honig. Honig? Am besten schmeckt er mit Korn. Vielleicht ein bisschen Zimt. Das ist eine App für Bows & Wilkins. Die Idee dahinter ist, dass wir den Klang von einem Kopfhörer erlebbar machen wollen. Mhh, schöner Code. So, wir Programmierer bei Schwartcats entwickeln Schnittstellen zum Shop-System. Die waren Wirtschaft mit Amazon. Das klingt einfach, ist aber wirklich wahnsinnig kompliziert. Macht aber auch Spaß. Aktuell haben wir einen ganz kleinen Shop für Edelstahlregale. Komplett umgekrempelt, alles neu programmiert, sodass der Shop jetzt nicht drei Sekunden zum Laden braucht, sondern so da ist, ob die Dinger gehen wird wie warme Semmeln. Der Kracher. 100 Media-At-Home-Händler dieses Jahr, ne? Premium-Marke von Euronics. Ja, Media-At-Home ist in einem Satz gesagt einfach abwechslungsreich, inspirierend und eine Menge Spaß. Für uns als Agentur ist es halt auch total super, neue Ideen, neue Interaktionsmöglichkeiten auszuprobieren. Na, das ist der Schwartcats Windkanal und es ist für einen innovativen oder neuen Bürostuhl, der eben sehr flexibel ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017